So, ich bin jetzt hier am Eisbach. Hier wird ganz wild rum gesurft. Das ist ein mega Ausflugsziel für viele Leute. Ich schwenke jetzt einmal rum, dass ihr seht, wie viele Leute hier rumstehen. Und dann zeige ich euch mal die Surfer. Das ist die Pergunte, wo ist die Pelle? Das ist die Pergunte. Wir gucken uns hier an. Das ist die Pergunte. Ich weiß, was ich gelesen sehen.